Die Leser treffen nicht mehr auf und ich seh dich da oben nicht. Du pass auf, dass du nicht runterfliegst, weil beide sollten wir nicht da unten landen. Ich glaube, dass das da schon ein Schacht ist. So, und ich werde jetzt versuchen, an deinen Schacht anzudocken. Ähm, ins... Einen Moment. Jawohl. Du müsstest jetzt bis zu mir runter einen Lift haben. Okay. Ich hoffe, ihr habt den richtigen erwischt. Ähm. Wer müsste es sein? Was könnte ich machen? Ich stehe auf einer Biomasse. Achso. Okay. Ja, das sehe ich von da nicht mehr. Die wegbrennen ist sinnlos. Ja, ist nur ein Block, oder? Hm, nein. Ja, voll zu viel kann der nicht... Warte, ich baue mir da nebenbei noch mal eins. Moment. Huch, jetzt bin ich haupt den Schacht. Ja, ich war nur ein Block. Ja, okay. Gut. Mit dem kannst du dich runter bauen. Könntest du... Irgendwie ein Lichtchen setzen? Blödsinn, am Boden. Ah, ja. Ich bin da. Blödsinn. Blödsinn. Eins, zwei, drei. Da. Ja, das ist eine riesige Höhle. Okay. Äh. Ach du, mit deinen Fackeln im Boden. Wenn man da drauf steht, verbraucht man irre viel Batterie. Okay. Dann steig ich drauf. Nein, ich habe ausgeflockt, wo... Hast du dir gemerkt, wo du runtergekommen bist, das wäre jetzt wichtiger. Das... Wo der Schacht ist. Wo... Du hast es verknützigerweise weggenommen, ja? Hier müsste ich... So, da müsste eine Wand her... Genau. Ich müsste hier... Und da dazwischen müsste dein Lift gewesen sein. Ja. So, müsste er sein. Blödsinn. Na? Eins, zwei, drei. Obwohl ich da zufrieden bin. Ich bin nicht zufrieden. Ah. Genau, und da setze ich jetzt noch ein Licht hin dran. So. Genau. Das müsste es sein. Ja, cool. Wow, die ist riesig. Hm. Äh. Oh, da oben ist sicher ein Kristall. Ja, da will ich hin, da will ich hin. Komm, ich... Oh, was bist denn du? Ja. Wie... Wie scannt man? Ah, nimm es einfach mit. Mit rechter Maust, das ist das genannt. Das war, glaube ich, ein Bing. Ja, das war ein Bing. Ich hab den hat mich auch gesetzt. Cool. Wo? Mhm. Ja, da komme ich nicht drüber. Da wird alles... Olddorf-Schutter ist so tief. Leuchten wir mal die Höhle aus. Ja, geil. Das Teil. Geil. Biomasse gibt es hier genug. Ich hab wieder was gescannt. Sehr schön. Warum? So, da ist unser... Hm, hm, hm. So, da leuchtet was lila da unten. Ich glaube, da will ich hin. So, ich bringe nur kurz noch Lampen an unseren Schacht. Ja. Dass man den schön weit zieht. Okay. Passt, oder? Okay, das sind Organic Rocks. So, ich glaube, was einmal sehr interessant ist, ist, ähm... Ist da drüben, dieses stark leuchtende, da würde ich mal sagen, das sind Kristalle. Ja, da bin ich aber nicht hingekommen. Ich schieße da mal meinen Anker rein. Ich hab da wieder mit... Da bewegt sich was. Das mag ich nicht. Ach, das war ein Schlepp. Oh, 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 oh! Uiuiuiui. Ich fürchte mich. Ich glaube, das ist ein Gelber. Die Hammert glaube ich auch noch nicht. Wo ist der jetzt? Da sind überall Organic Rocks. Sollte mich das vor etwas warnen? Die gibt es immer dort, wo diese Energietiebe sind. Das heißt nicht zwangsweise, dass das ein Wurm sein muss. Okay. So, wie komme ich da rüber? Ja, nett. Dann werde ich mal sagen, das war... Schuss im Ofen. Ja, das will gelernt sein. Ja, mit dem Teil musst du immer sehr viel höher ansetzen. Uiuiuiui. Jetzt sind Fakt. Aua. Es hat etwas gedauert, bis es mich geholt und gezogen hat. Oh, ich habe was Neues. Sehr schön. Ja. Ich lege jetzt gerade, wie ich da wieder runterkomme. Voilà. Und eingepackt. Ein lila Kristall. Ich glaube, wir werden einfach da den verwenden. Ja. Und schon sind wir wieder unten. Im Zweifelsfall einfach springen. Ja. Ja. Wirkt immer. Gerade gemacht. Ich habe ein paar Kristalle eingesackt. Ja, sehr schön. Die Höhlenbewohner werden mich zwar nicht dafür lieben, aber wir haben Kristalle. Denen sagen, Kristalle sind nicht wichtig. Ich bin jetzt nur scharf. Ah ja, darüber muss ich. Ist blöd. Nicht spucken. So, von da aus irgendwo war noch so extrem leuchtender. Spuckding. Schmeiß dich runter in die Tiefe. Aber lass mich in Ruhe. Keine Ahnung, wo die Tiefe ist. Ich auch nicht. Super. Cool, gell? Ja. Ich bin auf der Suche nach neuen Sachen. Schmeiß. Okay. Gott, ist die Höhle riesig. Die geht immer weiter und weiter und hoch. Ich glaube, so komme ich hinten rum. Nein. Ah, ich sehe da einen Schriftzug. Ich werde, ich glaube, ich bin einfach einen anderen Weg. Nein, da ist sie auch so. Die ist wirklich riesig. Also, das ist ihre so große aber ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Okay, ich laufe retour. Ich gehe dann her, komm. Hast du Biomasse schon gescannt? Äh, nein, glaube ich nicht. Achso, du hast eine Blödsinn abgebaut, hast du sogar eine. Ja, ich habe eine. Ja, nicht passt. Dann hast du das automatisch auch als unbekanntes Material. Ich habe jetzt vier unbekannte Materialien. Okay, äh, drei, sechs, sieben Fragezeichen. Und wird das was? Nein. Oh, da zum Beispiel sieht man Biomasse. Also, ich glaube. Ah, ich sehe unseren Turm. Das hat was. Genau, das ist Biomasse da, das ist rot-grüne. Da können wir sicher auch noch was mitnehmen. Hat zwei DT-Pro auch schon. Aber ein paar steckt man sich auch ein. So. Und was ist das da unten? Das schaut so mir gültig aus. Das will ich noch. Hm. Okay. Organic Rocks, oder? Hm. Ich habe ein paar Organic Rocks dabei. So, wir müssen wieder da rüber. da ist das riesig. Das war ja halbwegs glimpflich. Ja, das war so ein Schleim-Dings. Hm. Da ist jede Menge Organic Rocks selber, dem was mitnehmen. Kannst nehmen, ist aber der gleiche Organic Rock wie die Individuen. Ja, aber brauchen wir das nicht? Ja, ja, brauchen wir. Kann man immer wieder mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo war das bei dem Kohle anregen, oder glaube ich? Hm. Ach gut, den habe ich schon. So. Also, es ist ja weiter. Riesig. Mhm. Oh, bei uns dollert es. Okay. Mal wieder ein Gewitter. gut. dann schnelle ich hier nach oben. Ich bin wieder beim Eingang. Ja, ich glaube, wir werden wirklich was Neues finden da. Nein, wir haben eh einiges. Den Großteil haben wir. Ich habe jetzt fünf Sachen dabei, die wir noch nicht kennen. Ich hätte gerne nur den einen oder anderen Kristall gefunden, aber das verschieben auf den nächstes Mal. Passt. Super. Die bringen, glaube ich, einiges an Punkten, ne? Jaja, Kristalle sind. Der Renner bei den Punkten. So, jetzt schießen wir da mal kurz rüber. Das, glaube ich, zieht uns nicht. Nee. Da. Jawohl, aber jetzt. Bissi-Übersicht. Ah, da. Da sind wir. Ich setze da noch ein paar. Ich habe schon befürchtet, ich finde den Weg nicht mehr. Darin bin ich grundsätzlich Meister. Ja, jede Menge Biomasse. So. Von mir aus können wir sie nach oben bauen. So, Autsch. Kommen wir rein in die Gute Stube. Ja. Ich mache hinter uns zu. Warte mal. So. Ich stehe dringend. Ich stehe in deinen Kopf. Okay. Baust du? Ja, ich baue. Moment. Gehst du mit? Jajaja. So, rauf, 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 rauf. Immer die Treppe rauf. vorbei an den ersten Energiezellen. Wohin? Noch einmal. Bis zur nächsten Energiezelle. Halt. Dann nehmen wir kurz Titanium und Nickel mit. Okay. Und zwar lauf du die andere Seite, wo ein Laser weggeht. Die andere Seite, wo ein Laser weggeht. Ja, also ich bin jetzt da nach vorne. Genau gegenüber. Okay. Und du gegenüber. Du müsstest Nickel dort rausnehmen können. Yes, so ist es. Treffpunkt wieder beim Lift. Also beim vermeintlichen. Ja. Bei dem hindischen. Gut, ich baue noch ein Stück, weil vorher einiges von dir aufgenommen. So, ups. Du bist da? Ja. Gut. Ah, du hast mir nicht mitgenommen. So geht's auch. Ähm, na dann. Uuuh. So, Moment, ich komme zu dir. Jetzt fahr du. Ja, ich geh mit. So, jetzt müsstest du wieder. Ich habe nämlich fast keine Steine von den normalen mehr. Die dürftest du alle du kriegt. Ach so. Bis da, ja. Ja, ja, ja. Passt, passt. Nicht, dass ich die irgendwo einbetoniere. Na, du melde mich schon. Man kriegt halt auch keinen Schaden. So, umsofern. Außer den üblichen, den man eh schon hat. Ach ja. Mit dem lebt man ja schon länger. Genau, den ist man gewohnt. So, da ist Gold. Könnte man da mal mitnehmen? Ich habe keinen Platz mehr. Nein, nehm's ich. Ich habe nur noch 14, ähm, Bausteine. Aber ich habe glaube ich die Grunde. Ich habe noch. Ich habe. Dann baue ich weiter. Ja, bitte. Baut du weiter. Den Schacht hätte ich gerne mit dem normalen. Da weiß ich immer, dass ich auf dem richtigen bin. Ich stecke nur gerade zusammen, weil dann kann ich da oben noch mehr Lithium auch mitnehmen. Das ist jetzt eine gute Idee. Mache ich auch gleich. Vielleicht geht dann noch was rein. Ja, 2, 4, 7 Plätze hätte ich noch. Kannst dann einen Teil von Lithium mitnehmen. Ja. Brauchst du einen Hopper? Nein, nein, geht schon. So, da ist er wieder. Auf und Ich baue noch so. Bitte. Ja, ich bin dabei. Noch dabei? Ja. Äh, ja. Irgendwie, ja. Jetzt geht's. So, da sind wir. So. Du darfst. Wie wert fahren wir? Das Lithium, das ist wieder, naja, das steckt da dazwischen in der Wand. Und zwar, glaube ich, mit dem. Ja, genau. Wenn du einmal umsteigst, jetzt dann in den nächsten Lift, mit dem dann eher langsamer nach oben fahren. Oder in der Mitte kommt dann eine Öffnung. Okay. Das ist wieder special. Ich warte da beim Ausgang auf dich. Okay. Wohl. Na ja, alles wäre ich nicht mitnehmen können. Ah, ich sehe schon. Ich komme. Wenn du auf Höhe bist, einfach rauslaufen. Ja, ja. Geh die nach vorne weg. Ah, da kommt sie. Plupp. Ups, da ist sie. Da aufpassen, dass du nicht reinfallst. Zweck der Diebe habe ich das ein bisschen. Okay. Klar. Das sind so meine Bauweisen, wenn ich da unten erd suche. Da werden Schächte ausgehoben und wieder verworfen. Das würde ich nie finden. So. Du kannst. Ich bringe nur ein Minimal rein. Okay. Okay. So, ich bin voll. Ja, ja, das bin ich auch. So, dann einfach wieder den Gang retur. Und einfach nach oben. Und nach oben mit den Liften, ja. Hm. Jo, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, vor allem, weil es eine Doppelfolge war. Oh. es wird wahrscheinlich auch geteilt werden. Ja. Wir waren ganz schön lang in der Hülle. Wir haben 46 Minuten gerade. Zeigt es mir an. Ja. Und, äh, wir würden uns freuen, wenn es beim nächsten Mal wieder einschaltet. Befort das Kräfte Wolf. Let's play together mit der Tibra und dem Anduin. Und bis dahin, happy gaming und viel Spaß in den doxischen Kavernen. Ciao. Ciao.